Hallo! Meine heutige Lesung lautet MANCHMAL. Manchmal ist das Leben ein wahrer Segen. Manchmal kann es nichts Schlimmeres geben. Manchmal kann man davon gar nicht genug kriegen. Manchmal wünscht man sich, diese Quelle würde endlich versiegen. Manchmal gelingt einem alles, was man anpackt. Manchmal hat man bloß alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Manchmal geht einem jemand total unter die Haut. Manchmal hat man wieder zu sehr vertraut. Manchmal will man alles auf einmal, dann wiederum hasst die Qual der Wahl. Manchmal lacht einem das Glück, ein andermal ist man zu Tode betrübt. Manchmal redet man wie ein Wasserfall, dann wiederum kann man schweigsam sein, wie ein Grab. Manchmal ist man zu allem bereit, ein andermal ertrinkt man fast in Selbstmitleid. Manchmal gibt man sich sehr verständnisvoll, dann wiederum verhält man sich wie toll. Manchmal kann man stolz sein auf sein Spiegelbild. Ein andermal macht es einen Fuchsteufelswild. Manchmal könnte man vor Übermut die ganze Welt umarmen, dann ihr wiederum aus Abgrund tiefer Enttäuschung für immer Adieu sagen. Manchmal ist einem kein Weg zu weit, ein andermal bewegt man sich keinen Finger breit. Manchmal ist einem die Welt zu klein, dann wiederum lebt man nur dumm in den Tag hinein. Manchmal vergeht die Zeit wie im Flug, ein andermal verstreicht sie einem nicht schnell genug. Manchmal redet man wie einem der Schnabel gewachsen, dann wiederum legt man jedes Wort auf die Goldwaage. Manchmal quälen ein tausend Fragen, ein andermal scheut man sich überhaupt etwas zu sagen. Manchmal ist man sehr in Eile, dann wiederum kommt man fast um vor Langeweile. Manchmal kann einem nichts erschüttern, ein andermal bringt einem bereits ein Wort zu viel auf die Palme. Manchmal lässt man sich feiern als Held, dann wiederum hadert man mit dem eigenen Schicksal sowie Gott und die Welt. Manchmal schwimmt man mit dem Strom, ein andermal erntet man für seine gelebte Individualität lediglich Spott und Hohn. Manchmal scheut man kein Risiko, dann wiederum wird aus einer Lappalie ein Fiasko. Manchmal weiß man alles besser, ein andermal läuft man ins offene Messer. Manchmal gibt man sich eiskalt und konsequent, dann wiederum schiebt man wichtige Entscheidungen auf, ob schon die Zeit drängt. Manchmal ist man ein Überflieger, ein andermal bloß zweiter Sieger. Manchmal sieht man rot, weil man sich ist nicht mehr grün. Vielen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit.